Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen! Herzlich willkommen zurück zu Subject 13, sponsored by GamesPlanet. Noch mal vielen Dank! Wir haben jetzt hier dieses Ding, was wir bestimmt da reintun können. Ja, wir können es da reintun! Und es eröffnen sich ganz neue Wege. Oder auch nicht. Doch. What the fuck? Okay. What? Ich muss hier... Oh, da ist jemand! Hab ich gar nicht gesehen! Eine Steuer... Nee, keine Steuerkunde. Das ist eine Frau! Da steht eine Frau! Die interessiert uns gar nicht, oder? What? Ranklin? Sophie? Du musst dich vorsichtig sein. Du musst dich vorsichtig sein. Du musst dich vorsichtig sein. What? Du musst vorsichtig sein, was? What? I don't understand! I'm out! We're not! Sophie! Ich weiß, dass Sie mir zuhören. Glauben Sie mir jetzt? Du hast alles gehört, nicht? Du hörst alles, nicht? Du bist so, Subject 13. All of this is... ...unexpected. Wer war diese Frau? Sie sahen wie Sophie. Aber es war unmöglich. Sophie ist tot. Sophie? I knew someone by that name in another life. Was she your wife? We never had the time to marry. What do you mean? That's Ellen. That 20 minutes can make the difference between all or nothing. Between happiness and despair. The day I was going to propose to Sophie, I arrived late. Just late enough for some lunatic to try and steal her bag. A damn stupid tragedy. Sophie resisted and the guy pulled a weapon. Oh. If I had been on time, I could have helped her and my life wouldn't have stopped. On the 14th of November, 2006. Eight years ago, to the day. Yes. Since then, I packed in my research, my dreams, everything. I was just looking for the courage to join her. I thought I had managed to find it. And then I wound up here. Mm-hmm. What? I am sorry, Subject 13. Truly sorry. Okay. Glaube ich dir total. Aha. Kann ich mir das nicht genauer angucken oder so hier vielleicht? Doch. Kann ich das aufschieben? Das geht wahrscheinlich auch, wenn die Knöpfe richtig gedrückt werden. Die müssen bestimmt alle... Oh. Voll sein. Ah, schön. Da sagt er aber nichts zu. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Und hier muss ich bestimmt alle zum Leuchten bringen. Oder alle ausmachen, je nachdem. Was ist denn? Was ist denn? Es gehen immer... Immer alle Angrenzenden ändern sich. Immer alle Angrenzenden ändern sich. Nein, 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 nein. Es hat total Sinn, was ich hier gerade mache. Ich weiß genau, was ich tue. Ich habe das Gefühl, ich war eben schon voll nah dran. Kann das sein? Jetzt entferne ich mich immer weiter. What the fuck? What the fuck? Es ist gerade ein kleines bisschen Trial and Error, was ich hier mache. Ich versuche schon nachzudenken, aber es fällt mir nicht leicht mit meinem kleinen Hirn. Wenn ich den ankriege, muss ich den drücken. Hä? Ach nee, Quatsch. Muss ich den drücken. Irgendwann kommt man so bestimmt auch zur Lösung. Alter, das ist voll schwer. Das ist total schwer. Auch schön. Auch schön. Ich versuche schon nachzudenken, guck mal. Bringt nur überhaupt nichts. Sag mal die vier außen aus. Es sind nur noch zwei außen. Nur noch zwei. Okay. Und ich versuche schon nachzudenken, guck mal die vier. Ich versuche schon nachzudenken, guck mal die vier. Bis dann. Was? Was sagt der Tipp? Wenn man auf die Lichter drückt, schalten sich einige aus. Danke für den Tipp. Hilft mir extrem weiter. Alter! Ich will das schaffen. Ich möchte das jetzt gerne schaffen. Es wird aber so ein Zufahrtsprodukt, auf das ich nicht stolz sein kann. Also das, wo ich draufdecke, das ändert sich nicht. Nur die Anliegenden ändern sich. Also das, wo ich draufdecke, das ist, wo ich draufdecke, das ist, wo ich draufdecke. Also das, wo ich draufdecke, das ist, wo ich draufdecke. Ja! Ja! Oh mein Gott! Kann ich noch was mit tun jetzt? Irgendwann anderes gibt es ja noch irgendwas Interessantes. Was ist das? Dieser seltsame Gegenstand hat reflektierende Seiten. Neuer Erfahrungsbericht. Report von Februar 18, 2007. Levi Strauss hätte besser hold onto his hat. Es scheint, dass ich herausgefunden habe, den unterliegenden Myth, die Strukturen der Hanapu-Civilisation hat. Asi Zen, ein Kind der Infernal Divinität, die absoluten Wissen und Serenheit hat, aber auch ein großartiger Verwürger von Säulen. Das könnte erklären, warum die Hanapus preventen jemanden von zu besuchen, den alten Tempel da. Aber wer weiß. Wenn ich ihre Verwürgerung erzielt habe, dann werden sie mich da hinbekommen. Ich werde meine Ereignisse erzielen. Ross Randall, Ethnologist. Okay. So, jetzt haben wir da so ein reflektierendes Prismagedöns. Ist ja sonst irgendwann, können wir das aufschieben? Oh nein. Können wir das da irgendwie aufmachen? Noch irgendwo irgendwas anderes zu tun? Knöpfe können wir keine mehr drücken. Da können wir auch nicht mehr ran. Die Klingel interessiert uns auch nicht. Ach, das ist hier die Seite. Okay. Gut, jetzt müssen wir das wahrscheinlich irgendwo hinleiten. Was haben wir da? Ach, das ist das. Diese Hitboxen. Ist ja schlimm. Was ist da? Achso, okay. Dann kann ich das drehen. Erstmal muss der jetzt nach oben. Muss der auch nach oben. Warum trifft der denn nicht? Ah, jetzt. Da. Da trifft er. Die stehen jetzt auch noch. Wo muss das denn hin? Das ist jetzt die große Frage. Wenn ich das wüsste. Da rein vielleicht. Was ist das? Prisma? Was ist denn das überhaupt? Sieht aus wie ein altes Film-Vorführgerät. Kann ich aber nicht das Prisma da drauf... Kann ich das abschrauben? Ah. Da ist noch ein... ...Erfahrungsbericht. Memo 00301. Oktober 3. 2010. Professor F. hat endlich seine Wohnung in der Mitte. Jeder war sehr überrascht, dass er ihn nach Wochenen von Seklusion gesehen hat. Seitdem hat er den Zugang zu Lab 2 verhindert. Der Professor versucht uns zu erzählen, was er mit seiner verdammten Maschine ist. Aber die Geräusche, die ich hinter der Tür schreibe, machen mich das Schlimmste. Ich kann nicht warten, um das Schlimmste zu kommen. Aaron Velazquez, Forschungsassistent. Ok. Hier kann ich irgendwas noch drehen. Aber ich weiß nicht warum. Muss da vielleicht das Licht hin oder was? Da rein? Den kann ich aber nur noch nach da drehen. Der geht auch nicht weiter runter. Den kann ich auch nicht einstellen. Ah, warte mal. Die stehen jetzt so. Den kann ich nur nach da drehen. Jetzt leitet er das nach draußen. Ist denn da draußen? Kommt das da an irgendwo? Sieht man das? Nö. Warum auch? Warum auch? Ach, da muss das Prisma rein. So, jetzt muss das dahin geleitet werden. In dieses Prisma. In dieses Prisma. So. Äh, nö. Ach, jetzt muss ich das Symbol danach nachziehen hier. Wahrscheinlich. Ja. Oh Gott, so drehen sich alle. So drehen sich die beiden Vorderen. Und so dreht sich nur das Vordere. Warte mal. Warte mal. Dann drehen wir das mal richtig. Wie ist es denn richtig? So. So. Ist das so richtig? Stimmt doch vorne und hinten nicht. Ne, ich wollte das da, Mann. Wo ist denn da? Ja, ich bin bei dem Hinteren. Mann, dass der immer wieder ein anderes nimmt. Sieht doch gut aus, so oder nicht? What the fuck? So. So ist das richtig. So ist das richtig. So ist das richtig. Dann drehen wir das auch wieder richtig. So, nur noch das Äußere richtig kriegen. Ne, das ist... Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Aber das, das stimmt. Aber das stimmt nicht. Obwohl, das müsste doch stimmen. Die drei Dinger müssen doch da unten sein. Ach, die drei Dinger sind von dem. Welches ist das denn eigentlich? Das hier ist das. Dann ist das das Innere. Okay, dann müssen wir das Innere jetzt mal richtig stellen. So, vielleicht? Haha! Hahaha! So, was haben wir da? Oh Gott, wo sind wir? Was erwarten Sie von mir? Wer sind Sie? Wir dürfen eine Frage stellen. Eine einzige. Wo sind wir? Da haben wir schon ein bisschen was rausgenommen. Wir sind auf irgendeiner Insel mit irgendwelchen Ureinwohnern. Was erwarten Sie von mir? Da wird er sagen, ich erwarte, dass du die ganzen Tests löst. Wer sind Sie? Ich bin eine künstliche Intelligenz. Welche Frage wir stellen werden, werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude. Freunde, bis zum nächsten Mal bei Subject 13. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. 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 productions